Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute leider nicht mit einem regulären Video, sondern nur mit dem Versprechen, dass es am Dienstag wieder normal weitergeht. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, das Samstagsvideo fertig zu bekommen. Aber wenigstens könnt ihr trotzdem etwas in die Kommentare schreiben, denn das hier wird im nächsten Video gezeigt. Und es ist ein kleines Mock mal wieder und ihr könnt ihr einfach mal zusammenraten, um was handelt es sich hier bei diesem Mock. Ihr könnt es sogar relativ genau bestimmen, denn eine größere Version eines wirklichen Herstellers habe ich von dem, das dieser Steinehaufen am Ende hier darstellen soll, schon mal auf diesem Kanal gezeigt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Erraten und ihr werdet dann am Anfang des Dienstagsvideos sehen, ob es einer richtig erraten hat. Tut mir wie gesagt leid, dass es heute nicht geklappt hat, aber wir sehen uns dann am Dienstag wieder. Haut rein, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende, euer Readybrick.